Heute wollen wir mal über das Thema Immobilienverkauf sprechen. Großen Fehler, den viele machen, alles über den Preis regeln wollen. Ja, dass sie nicht immer wieder in die gleichen Fallen reingehen, aber eine Sache kann man sagen, es ist nicht immer der Preis. Es ist auch nicht immer der Preis schuld. Und das als totale Bank anzusehen, ist ein Fehler. Ja, die nächste Emolution-Podcast-Folge jetzt hier am Start der Leon und der Heinz. Und heute wollen wir mal über das Thema Immobilienverkauf sprechen. Ja. Und zwar über die Tatsache, Privatverkäufer haben ihre Immobilie schon länger im Markt oder auch ein anderer Immobilienmakler beim Verkäufer steht, eine Entscheidung an, schalte ich einen Makler ein oder wechsle ich den Makler? Und was denkst du, Leon? Oder ich habe den Eindruck, dass viele, nicht den Eindruck, sondern ich sehe, dass viele Makler alles über den Preis regeln wollen. Alles über den Preis regeln wollen. Wie meinst du das? Also meinst du jetzt auch, um den Auftrag zu bekommen oder wie? Ja, der Verkauf ist abhängig vom Preis. Also das heißt, alles geht über den Preis. Das ist eine Aussagefrage. Das ist erstmal ein Statement, was ich von Maklern oft höre. Es geht um den Preis. Ja, also ich sage mal so, ich sehe das, ich sehe, also erstmal, wie, es funktioniert ja generell, wie, unser Weltwirtschaftssystem ist ja auf Angebote und Nachfrage aufgebaut am Ende des Tages. So, und das ist ja ähnlich wie, wenn ich jetzt, wenn ich mit einer Company an die Börse gehe, ein IPO mache, also einen Börsengang, dann wird ja der Firmenwert zusammengerechnet. Ja, das heißt, wir nehmen alle Assets, die die Firma hat, selbst den Besen in der Besenkammer, rechnen das zusammen, dann geht das Ganze an die Börse und dann entscheidet am Ende natürlich der Markt, in welche Richtung es geht. Und so ist es ja bei der Immobilie nichts anderes. Also der Preis ist ja schon der größte Einflussnehmer, also der größte definitiv, der größte Einflussnehmer auf die Attraktivität am Markt. Desto besser der Preis, desto attraktiver das Angebot. Das heißt aber natürlich nicht, dass 100% des Erfolgs preisbedingt ist. Aber ich würde schon sagen, so 80% sind es auf jeden Fall. Auf jeden Fall spielt der Preis natürlich eine wichtige Rolle. Jetzt nehmen wir mal das Szenario, ein Objekt ist jetzt seit einem oder anderthalb Jahren im Markt. Der Verkäufer hat mit, sagen wir mal, 650, 680.000 Euro angefangen und hat im Laufe der Zeit jetzt so eine Reise an Preissenkungen hinter sich und ist jetzt irgendwo bei 550.000 Euro und Privatverkäufer. Und jetzt kommt der Makler und ermittelt den Wert und kommt auf einen ähnlichen Wert. Was macht er denn jetzt? Ja, dann ist es ja eine andere Problemstellung. Da ist ja die Problemstellung, dass das Objekt durchgenudelt wurde, verbrannt wurde letztendlich vom Markt. Und wir nicht nur mit dem Problem des Preises vielleicht zu kämpfen haben, sondern eben einfach auch mit falschem Vorgehen, falscher Strategie, schlechter Aufbereitung, also Aufarbeitung, Aufbereitung, Kackbilder. Also es sieht einfach cheap aus, sieht einfach kacke aus. Absolut. Und genau das ist das Thema, was du sagst. Absolut auf den Punkt. Den großen Fehler, den viele machen, und ich sage jetzt mal bewusst viele, also ich würde mal sagen 8 von 10, dass sie sich ausschließlich auf den Preis jetzt konzentrieren. Jetzt bin ich als Makler in der Situation, ich kriege ja die Möglichkeit, mit einem Privatverkäufer zu sprechen. Und jetzt rede ich mit dem und jetzt ist wieder das einzige standardisierter Ablauf. Hinfahren, Immobilie angucken, Auftrag sammeln oder einfach über den Preis gehen, Auftrag bekommen. Das Ding ist aber, der Fehler, der wirkliche Fehler, warum ist das Ding überhaupt ein, anderthalb Jahre im Markt? Wie würdest du das machen? Wie ich es machen würde? Wie würdest du das machen? Wenn du jetzt so einen Menschen vor dir sitzen hast, und du machst das ja jeden Tag, wie würdest du es denn erstmal herausfinden, was ist da überhaupt los? Indem ich sehr, sehr viele Fragen stelle. Zum Beispiel? Also ich mache einfach eine Analyse der Situation. Ich sammle erstmal alle vollständigen Daten, die ich benötige, um überhaupt zu wissen, was ist hier die Situation? Genau. Was ist hier angesagt? Welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht und so weiter? Genau. Und wir haben ja da auch ein ganz bestimmtes Verfahren für die Analyse. Das heißt, man geht wirklich hin und schaut sich erstmal ganz genau, eigentlich sind es drei Ebenen, die man anschaut. Einmal den Verkäufer selber. Was für Daten hat der überhaupt im Kopf? Also auf welcher Basis hat der überhaupt entschieden? Was ist das überhaupt für ein Typ? Warum will der verkaufen? Was sind seine Absichten? Hat der vielleicht, das wäre eine Frage, die würde ich immer stellen oder ein Beispiel geben, wie viele Interessenten waren denn wirklich da? Was haben die Interessenten gesagt? Warum sie nicht kaufen wollen? Ja. Und ich würde jetzt auch hier mal direkt eine Wette, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch das auch schon mal passiert ist. Ich würde sogar jede Wette abschließen, dass Minimum, Minimum einer, wenn nicht sogar zwei oder drei, ein Angebot gemacht haben. Und der hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ja, kann gut sein. Ja, also das ist stabil, das Ding. Also einmal den Verkäufer richtig zu analysieren, dann das Objekt. Weil irgendwas scheint ja nicht zu stimmen, oder? Irgendwas kann ja da nicht stimmen. Wenn der Preis jetzt schon permanent gesenkt wurde. Aber was viele Verkäufer und auch Makler nicht auf dem Schirm haben, bei den permanenten Preissenkungen, was ist das aus deiner Sicht? Was viele nicht auf dem Schirm haben? Muss ja einfach nicht hingucken. Meinst du jetzt die Verkäufer? Ja, die Verkäufer einerseits, aber die Makler genauso. Ja, was das für eine Wirkung auch hat, ne? Genau. Also was das für eine Außenwirkung, für eine Außenstrahlung hat, sozusagen auf potenzielle Interessenten oder auf andere Marktteilnehmer oder was auch immer. Es ist ja, also alles kann und wird wie vor Gericht. Alles kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet. Oder wie ist der Spruch? So ist es ja bei deiner Brand, ist es ja genauso. Alles, was du tust, kann und wird auf deine Wirkung, auf deinen Brand einzahlen. Sowohl positiv als auch negativ. So, und es ist halt einfach, wenn du als Immobilienmakler deine Dienstleistung ist, also das gilt jetzt für die, die Makler sind, ne? Wenn es deine Dienstleistung ist, Objekte zu verkaufen und du aber eine Preissenkung nach der anderen bist, dann bist du kein Makler, dann bist du Gebrauchtwagenhändler. Ja? Also das ist halt einfach total wack und dann schadest du deiner Marke und die Leute sehen das. Als Privatverkäufer genau das Gleiche. Dein Objekt ist halt einfach dann verbrannt. Genau. Aber dieses Verbrennen hat ja eine Ursache. Und was interessant ist, dass Verkäufer, aber genauso die Makler, viele Makler selber, die reden zwar darüber, ja und Preissenkung und so weiter, dann ist das Objekt irgendwann Matsch, tot vermarktet, aber sie machen es trotzdem. Also das heißt, da hat ja irgendeiner was nicht verstanden. Also dass der Privatverkäufer es nicht versteht, ist ja noch okay, weil der hat es ja nicht gelernt und der weiß es nicht. Aber dass die Makler es so tun, als wenn sie es verstehen, handeln aber trotzdem dagegen, heißt er hat es ja nicht verstanden. Weil es ist eine Todsünde. Es ist eine Todsünde, eben permanent mit dem Preis runterzugehen. Das ist das Schlimmste, Unprofessionellste, Dilettantischste und Schlechteste, was man einer Immobilie antun kann. Und warum ist ja der entscheidende Punkt. Damit es auch unsere, also ihr da draußen auch nachvollziehen könnt, warum ist das so ein schlimmer Fehler. Sag es mir. Naja, also wir können uns doch mal anschauen, warum funktioniert denn zum Beispiel, warum funktionieren Luxusmarken? Entschuldigung, die Handtasche, das weiß auch jeder Depp, dass die keine zweieinhalbtausend Euro kostet. Ja und dass die auch irgendwo günstiger zukriegen wäre. Aber irgendwas muss es ja sein, dass die trotzdem verkauft wird. Das hat ja was mit Marketing zu tun. Das ist immer die eine Seite. Aber das nur mal so. Mit der Positionierung, mit der Strategie, mit dem Vorgehen, was steckt dahinter. Exakt, genau. Das ist also mal das eine Ding. Aber das tatsächliche Thema, was viele nicht sehen, ist die Tatsache, wie bewegt sich ein Kaufinteressent denn auf dem Markt? Also wie lange ist der auf dem Markt? Wie beobachtet der den Markt? Wie viele Informationen hat der mittlerweile gesammelt? Also kennt der seinen Markt da, wo er kaufen will? Und da muss man halt mal ganz klar sagen, ja, auf jeden Fall. Natürlich kennen die Leute den Markt. Natürlich wissen die, wenn du in Düsseldorf eine Wohnung kaufen willst, dann orientierst du dich doch. Ach, du bist ein halbes Jahr, sieben, acht Monate auf dem Markt und weißt doch, was sind die Preise? So, und jetzt siehst du ein und dieselbe Immobilie. Und ich sage es wirklich, Leute, das ist so ein einfaches, wie einleuchtend, logisches Beispiel, dass jeder diese Immobilie immer wieder sieht und immer wieder beobachtet. Wer kann denn als Makler noch glauben, dass das in irgendeiner Weise funktionieren kann? Verstehst du? Also wenn ich doch ein und dieselbe Immobilie sehe, was würdest du denn da denken? Ja, nichts Gutes. Und die ist über ein Jahr nicht verkauft. Nichts Gutes. Und so Tools wie Rote Kapsel zum Beispiel oder andere, das kennt doch heute jeder Käufer, jeder Kaufinteressent oder viele. Nicht jeder, aber bestimmt schon die Einschlägigen auf jeden Fall. Also wer sich ein bisschen informiert, der hat mal so den einen oder anderen Hack vielleicht auch schon erfahren, den sonst, den vielleicht viele Makler noch nicht mal kennen. Ja. So, und also das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Das funktioniert einfach nicht, wenn eine Immobilie lange auf dem Markt ist. 100 Prozent. Am Ende geht es ja doch eigentlich um eine Sache. Die Kombination aus sehr, sehr vielen Stellschrauben ist am Ende dafür entscheidend, dass so ein Objektverkauf auf Champions League Level stattfinden kann. Absolut. Das heißt, das hat natürlich, fängt bei der, bei dem Sammeln der Daten an, Wertermittlung, Einschätzung des Verkäufers, Einschätzung der Immobilie, Einschätzung auch der Zielgruppe, wer kann und soll das kaufen. Ja, ist ja auch ein Bestandteil. Dann natürlich den Preis, klar, keine Frage, die Aufbereitung, die Bilder, die Exposés, der Launch, also wie wird das Objekt gelauncht oder wie wird das zum Beispiel auch vielleicht erst mal runtergenommen vom Markt und relauncht, ja? Absolut. Etc. Genau. Absolut, vollkommen richtig. Wie gesagt, ein wichtiger Punkt ist, keine Immobilie wird vermarktet, egal ob sie vorher vermarktet wurde oder komplett new, also neu auf den Markt kommt. Und es muss, der erste Schritt ist immer eine umfangreiche Analyse des Verkäufers und des Objektes. War es auf dem Markt auch eine umfangreiche Analyse der Vermarktung bis zu diesem Tag? Was ist da genau passiert? So wie das genau geht, das lernen natürlich die Leute bei uns, dass sie nicht immer wieder in die gleichen Fallen reingehen, aber eine Sache kann man sagen, es ist nicht immer der Preis. Es ist auch nicht immer der Preis schuld. Und das als totale Bank anzusehen, ist ein Fehler. Ja, da muss man schon echt aufpassen und ich kann auch jeden da draußen nur warnen, einfach immer nur alles über den Preis zu machen. Du hast gerade das eigentlich schon, nicht eigentlich, sondern du hast das schon auf den Punkt gebracht. Es ist Erfolg immer wieder die Summe vieler Kleinigkeiten. In diesem Sinne, bye bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020